Hier eine Aufgabe aus der Trigonometrie. Angegeben werden dieses Dreieck ABC mit diesem Winkel Alpha. Wir konstruieren diese Strecke AD, die diesen Winkel Alpha in zwei gleich große Winkel Alpha Halbe zerlegt. Also ist diese Strecke AD eine Winkel halbierende des Dreiecks ABC. Anscheinend kann man die Länge von dieser Winkel halbierenden Strecke, also diese Zahl B Index A durch diese Formel berechnen. Es reicht zu rechnen 2 mal diese Seitenlänge B mal diese Seitenlänge C geteilt durch diese Seitenlänge B plus diese Seitenlänge C mal Cosinus von der Hälfte des angegebenen Winkels Alpha. Wir werden jetzt diese Formel beweisen. Der Beweis dieser Formel beginnt mit einer ganz einfachen Idee und zwar der Flächeninhalt von diesem Dreieck BAD plus der Flächeninhalt von diesem Dreieck ACD ist gleich zum Flächeninhalt des Dreiecks ABC, was also bedeutet, die zwei kleineren Dreiecke zusammen ergeben das Große. Der Flächeninhalt von dem großen Dreieck ABC, das ist der Flächeninhalt von dem linken Dreieck ABD plus der Flächeninhalt von dem rechten Dreieck ACD. Wir wissen, dass man den Flächeninhalt von einem Dreieck berechnen kann durch Basis mal Höhe geteilt durch 2, aber auch durch Seite mal Seite mal Sinus des Winkels, den diese zwei Seiten bilden, geteilt durch 2. Wir werden diese drei Flächeninhalte anhand dieser Formel berechnen. Und zwar so. Der Flächeninhalt des großen Dreiecks ABC, das ist die Länge dieser Seite, also klein b, mal die Länge dieser Seite, also klein c, mal Sinus des Winkels, den die zwei Seiten bilden, also Alpha geteilt durch 2. Jetzt das linke Dreieck ABD. Sein Flächeninhalt, das ist diese Seitenlänge c, mal diese Seitenlänge BA, mal Sinus dieses grünen Winkels, den sie bilden, also mal Sinus Alpha halbe, geteilt durch 2. Jetzt noch dasselbe fürs rechte Dreieck ACD. Dieser Flächeninhalt ergibt Seitenlänge klein b, mal Seitenlänge B Index A, mal Sinus dieses blauen Winkels, den sie bilden, also mal Sinus von Alpha halbe, geteilt durch 2. Jetzt werden wir diese Gleichung mit 2 multiplizieren, ist gemacht. Und jetzt stellen wir auch noch fest, dass wir rechts vom Ist-Zeichen BA sowie Sinus von Alpha halbe ausklammern können und zwischen Klammern bleibt dann C plus B, also B plus C. Wir werden jetzt den rechten Teil nach links setzen und den linken Teil nach rechts setzen. Das darf man natürlich in einer Gleichheit. Und dann schauen wir uns noch diesen Winkel Alpha an. Hier steht Sinus von Alpha und hier kommt der Winkel Alpha halbe vor. Das erinnert an stark an dieser Verdopplungsformel. Ich lese vor, der Sinus von einem Winkel ist genau dasselbe wie 2 mal Sinus von der Hälfte dieses Winkels mal Cosinus von der Hälfte dieses Winkels. Und durch diesen Satz werden wir Sinus von Alpha verwandeln in der Sinus von einem Winkel, das ist 2 mal Sinus von der Hälfte dieses Winkels mal Cosinus von der Hälfte dieses Winkels. Genau wie da vorgelesen. Also haben wir jetzt diese Gleichheit, in der wir noch durch Sinus Alpha halbe kürzen können, dann machen wir das. Und jetzt brauchen wir nur noch diese Summe B plus C rechts rüber zu setzen, wo sie teilen wird. Und somit erhalten wir rechts 2 mal B mal C, steht da, geteilt durch B plus C, steht auch da, mal Cosinus von Alpha halbe. Also haben wir so die Formel bewiesen. Und diese Aufgabe ist schon beendet. Wir sehen uns auf dem schönen könnt.